Gute und willkommen im 6040, die Kneipe am Schlachthof in Wiesbaden. Ja, das richtig gehört Schlachthof. Grauenhaft, ist aber fabelhaft. Warum? Die Gebäude werden heute für Konzerte und Veranstaltungen genutzt. Kann sich also wieder beruhigen. Viele Gäste kommen vor und nach Konzerten. Meist bringen sie ordentlich Appetit und Durst mit. Ob vegan oder Fleisch, spielt hier keine Rolle. Wichtig ist der Geschmack, aber ebenso die Regionalität und Nachhaltigkeit. Das ist die Vision des Ladens. Diese Vision nehmen sie ernst. Heißt im Klartext, Brötchen gibt's bei Liz, Tomaten bei Johannes, Kartoffeln bei Kochs und Tattoos bei Max. Und was ist mit Fleisch? Nun, das monatliche Angebot ist auf einen Rind begrenzt. Richtig gehört. Ein Rind oder 30 Burger am Tag. Deshalb hat sich das 6040 auf die Suche nach der besten Alternative gemacht und ist bei uns fündig geworden. Ist zwar nicht ganz regional, aber wir haben unsere Gäste zum Testessen eingeladen und das Produkt hat überzeugt. Gute.